Ähm, ja. Schönen guten Tag. Wir fangen direkt heute mal mit einer kleinen Sequenz an. Ähm, Entschuldigung? Oh, hi. Ich bin Jenny Ann. Und ich wollte dir wissen, dass ich jetzt so sehr gefühlt bin. Ist das eine gute oder eine gute Sache? Sie hat eine leuchtende... Was ist das extra? Und warum ist sie mit mir? Oh, Mr. Jen, ich spiele Quilana. Wirklich? Ich dachte, wir hätten ein Name für Quilana. Ähm, nein, nur ich. Ähm, das ist einfach großartig. Okay. Schönen Sie, dass du niemanden hier herkommst. Ich versuche. Ich lasse es nicht. Okay? Du bist nur dich selbst und du gehst ihn. Okay, lass uns den Scheiß an! Ja, okay. Ja. Ich glaube, er ist ein Arschloch. Aber das haben Produzenten ja so an sich. Ja, vor allen Dingen, wenn sie das komische... Der hat mich so ein bisschen an Philipp Rösler erinnert. Ja, vor allen Dingen, wenn sie das komische... Der hat mich so ein bisschen an Philipp Rösler erinnert. Okay. Wow. Ich spiele es fast und los. Es könnte natürlich sein. Trust me. Wie du sagst. Okay. Geh zum Loopschrauberlandeplatz der Garde. Doofe Idee. Was? Ich hab abgekürzt. Ja, da waren... Aber... ...wanden Menschen. Oh, cool. Was? Das mit dieser... ...kamera mäßigen, weißt du? Mhm. Sieht gerade ziemlich cool aus. Ja, mich, Baby! Okay, sie schlagen auf den Hildjohnsplatz! Ich komme, Prinzessin! Häng auf! Prinzessin? Los geht's! Wir drehen einen Film, das finde ich ja cool. Aber stimmt, wir wissen ja, dass die Saints in Filmen mitgespielt haben. Genau. Oh, Adonis, wir werden Filmstars! Ja! Endlich ist es soweit! Äh... Ich will das ganze militärische Material haben! Cool! Ähm... Und jetzt? Rette... Achso! Ushi! Quilana! Schöne mit einer Geiseln haben wir noch nebenbei! Oh, hier, das ist ein Kamerans! Mann, soll ich den mal erschießen? Ne, ich glaub nicht! Ich glaub, das ist nicht so gut, ne? Nö. Ähm... Achso, ich dachte, sie hätte da einen Penetrator! Du! Du hast mich saved! Du bist nicht wie der... Keine Zeit für kleine Gespräche! Wir können... Ah! Achso, was das? Das ist einfach nicht für mich. Es gibt keine Leidung. Wir haben eine Star-Makke-Performanz hier und eine Kartmacht-Cut-Out für eine Co-Star. Okay, wir müssen alles aufbauen, zurückkommen zu entdecken, auf der Basis! Wir haben diesen verdammt aufbauen! Mehr Gäste! Mehr Assault-Rifles! Mach es glücklich, verdammt! 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 Du weißt... Ich versuche, zu machen, Mr. Jehn glücklich! Es war doch gar nicht so schlecht! Tja. 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 Aber Mr. Rösler ist da ein bisschen empfindlich. Ah. Cool. Okay. Und... Bring'n! Wart mal los! Okay. Wir haben sogar eine vorgegebene Landing-Zoon. Zoom? Zoom, ja. Kabumm! Oh, Mörser! Böse! Ah! Ich komme nicht hoch! Gezauern! Quizzy damn Stuntman, wenn ihr ihn braucht! Stirb! Wir retten! Wir retten! Wir sind dramatische Musik. Die Prinzessin. Hab ich eigentlich... Ich hab keine Munition für den Granatenwerfer. Das hätte mir ja jetzt gefallen. Oh. Unendlich Granaten. Ja. Bam. Letter Move. So. Okay. Ich spritte hier schon mal hoch. Oh. Ich zerstör den Heini. Töte. Achso, kannst du ohne mich gar nichts machen, oder was? Doch, ich baller hier nur noch ein bisschen rum. Achso, okay. Ich lasse nicht zu, dass sie dich mitnehmen, Prinzessin. Vielen Dank ever so much for saving me. Da hätte ich fast tatsächlich den Kameramann abgeknallt. Keep you safe. Let's go. Volling steigt sie in den Heli ein. Echt so? Aua. Cool. Sie kann noch. Ich komm noch zu. Hä? Was so? Hä? Hä? Tja, du musst leider laufen. Hä? Achso, ich muss vorne überdrehen. Keep it steady. I'll hold these guys off. I've never flown anything like this. This thing before. It's called a helicopter. And I have faith in you, Princess. And I have faith in you, Princess. Please. My name in your language is Quilana. Quilana then. I believe in you. You fucking kill me? Hm. Hm. Was? Warum hab ich denn keine... Waffe? Oh my God. Are you okay? You crash like a pro. Ach, wenn wir die töten, kriegen wir hier Gewerkschaftsbekämpfer. Dann haben wir eine ganze Menge... Äh, von denen abgeknallt, ohne es zu merken. Sechs Stück. Hm. The emotional range of a bagel. And like one of those shitty whole grain bagels that nobody likes. Alright, let's set up the next shot. Jenny, don't listen to him. You're doing great. Thanks. Okay, we're rolling. And... Make some magic. Make some magic. Okay. Oh, ne Kameramänner. Hä? Hm. Nein, da ist wieder einer. Was? Oh. Elvishat! Wo muss ich denn jetzt einsteigen? Warte auf mich, Quilano! Oh. Ich glaube, ich hab die Kamera getroffen. Eliminiere die Verfolger. Noch haben wir gar keine. Na ja, ist wahrscheinlich genauso toll wie... Äh, ich verteidige uns und ich hab gar keine Waffe. Steigst du aus? Aus Versehen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt aussteige. Ich steig wieder ein. Geht nicht. Was ist das? Geht los. Ich kann nicht aussteigen. Äh, einsteigen. Jetzt hab ich den Turm. Ich prob mich überhaupt nicht rein. Vielleicht brauchst du das auch gar nicht. Ich hab' den Turm. Wir können nicht in diesem Schuss. Ohne? Sorry, ich vergesst die Linie. Schönes Abteilung. Danke! Wir haben einen Tag in den Turm. Gott, ist das dein erstes Arzt? Danke! Oh, oh! Oh. 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 hallo gegner keiner unser verhandlungslevel ist einen runtergegangen ich habe vier mörser ja ich habe auch hier wir hatten aber gerade eben fünf das wird ja super film wie hier drehen ja echt echt gut mega voll ob da jetzt noch sie nicht so aus doch elix diese husterei irgendwie bin ich immer wenn wir eine aufnahme machen krank voll scheiße so können wir jetzt viel aber wollen wir jetzt oder also ich komme nicht ins auto rein irgendwie und ich komme nicht aus dem auto raus da kommt noch ein heli ich hoffe mal nicht dass es einfach verpackt ist das wäre jetzt ja nun so freunde wir bleiben dann jetzt hier bis zum ende davor bestehen und schießen alle 30 sekunden ein heli ab da hier da war ein gewerkschafts steht auf der karte vielleicht irgendwo im ziel oder so das hilft uns ja aber nicht weil sie erfahren muss die uchi stimmt außerdem kommen wir nicht doch kann man wohl ich hoffe einfach mal ein stück lang und gucken was passiert er zieht oh ja sie fährt ich komme nicht an den heli ran ja wahrscheinlich weil ich ausgestiegen bin musste ich jetzt irgendwie weiter nach vorn er musste ich jetzt weiter laufen oder so das kann gut sein ich guck mal was hier ist hier sind gegner toll wir haben gerade nebenbei eine banden operation zerstört gut gut ähm und nun ach hier zerstörte hubschrauber zu nee das kann er nicht nee 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 geh durch kann er nicht durch kann sie drüber klettern springe aufs auto und dann drüber gut wo müssen wir denn hin ich habe nicht den hauch einer ahnung ach hier da kommt so ein paar menschen verfolger verfolgt die einfach mal ja ich möchte gerne wieder ins auto irgendwie ich fände das auch sehr sympathisch ach ja es ist doch ein etwas älteres spiel geht sogar eigentlich oder drei jahre zwei drei das hatten wir in den ersten folgen mal nachgeguckt jetzt erinnere ich mich aber gar nicht ich glaube weil ich glaube das war von 2011 oder 10 ja hier davon ist ein kameramann hör auf den zu töten wieso lass ihn einfach mal im Leben ok ich glaube das ist gar keiner von uns ach ne das ist so ne komische Frau aber der Heli schießt auf uns ja der Heli warum sagst du denn da nicht soll ihn leben lassen ach ich redete von dem kameramann ach so ja ja sie fährt im kreis ne doch nicht jetzt fährt sie irgendwo hin vermutlich fährt sie zu dir wollen wir die Mission nochmal machen mhm weil irgendwie scheint das hier gerade nicht da zu sein wo wir sein sollten ja irgendwas ist da jetzt verpackt ne ja öhh äh schade erneut von checkpoint beginnen ok checken wir mal so jetzt bin ich auch wieder im auto das darfst du nur nicht raus buggen ich schätze mal ich bin gerade durch eine Explosion raus geflogen so kam das bei mir so sind wir hier durch ja das sieht ja schon viel besser aus dann hätte ich einfach einen bug ok aber hier war ich gerade auch ja 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 definitiv ähm haben wir den Gewerkschaftsding denn jetzt schon ja ok hat die äh Errungenschaft gekriegt äh du meinst deine Militärleiterin oh oh die aufwendige produktion des philip rößlers weh kabumm äh hallo tja kommen wir nochmal der hat ja fast so viel Kameramänner wie Soldaten ja voraus direkt voraus oh das sind Panzer und BTF Aliens doch nicht auf die doch die sind böse okay sagte sie gerade meine Leute sie greifen mich an attacking me ich habe nur their attacking verstanden erster Kontakt okay sie hat gerade den Kameramann abgekleilt äh nicht abgekleilt überfahren einfach so ich will auch so ein Ding fliegen ja ich will Superkräfte haben äh auch auch okay da war das Musik-Sample einfach zu Ende echt bei mir nicht hm Sales Row 4 gibt es übrigens jetzt auch äh bisschen günstiger das könnten wir dann direkt im Anschluss machen ne wir haben also nein 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 nicht direkt im Anschluss aber demnächst äh ja wir haben ja nämlich schon einen anderen Titel den wir danach spielen wollen für alle die gespannt sind genau wir verraten aber noch nicht welchen wünsche und Anregungen sind auch immer gerne gesehen genau die darauf folgen die Titel genau ich nur du wolltest grad sagen ich sehe keinen mehr hehehe 5 von 20 ja aber ich schätze mal nicht dass wir die jetzt alle äh besiegen müssen nein okay ha psch wie wie Also es werden gerade doch ganz schön viele. Ja, irgendwie schon. So, der eine ist abgestürzt, der nächste ist weg. Ja, meine Waffe überhitzt hier gerade ein bisschen, deswegen muss ich aber mal warten. Kannst du denn auch schießen oder beobachtest du das? Ich schieße die ganze Zeit mit meiner AK. Ah ja. Ich weiß nur nicht mit welchem Erfolg. Wahrscheinlich marginal. Abo. So. Vielleicht sind das doch 20. Zu zu trauen ist es diesem Irren. Alright, cut! No worries, fixen sie am meisten. Okay, next up, you're gonna jump the car over the river to get to safety. It's all set up and idiot proof. So, that should include you, Jamie. I, uh, I think you mean Jenny. Let's talk more driving! Move on, it's not worth it. It's okay. I'm just going with the flow. Okay, I'm serious. That doesn't look possible. What the hell was that, Jemima? A child could have made that jump. A crippled child. It was blind. You fucking high. Did you see how far it was? Listen, I'm really sorry. Please, please don't let this ruin our relationship. This is 100% the casting director's fault. I swear. Are you crazy? I don't care who he is. You shouldn't take shit like that from anyone. Alright, let's reset and do that again. Is this your turn? Okay, faster with more intensity and less sucking and play ball. Here we go. You know what? Fuck that. Turn up ahead. That, that, that's our script. I'm rewriting. Trust me. It's going to be a lot of fun. This one is better. Just keep filming. Oh, 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 yeah. I see what you're doing. Brilliant. Let's go with this. Are you sure this is a good idea? You gotta learn to stand up for yourself. I'm not sure I can do that. Even with how he's treating me. Stay with me, sweetheart. I'll show you. Where did she go? Ah, now we can go to the other. The other? Oh, the other 20. 10 should be. Now there's still 9. 8. There, 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 there. I want to have such a one. Yeah. Oh. Good. Why? Dude. What? BTF? System. Ah! Errungenschaft. Fertig. Erster Kontakt. Cut! Das ist ein Wettbewerb für heute. Wahnsinn für die meisten von euch. Nicht nennen Namen. Ich habe bereits deine Namen vergessen, weil ihr wertvoll seid. Jetzt komm aus meinem Set! Ist doch so bescheuert, ey! So. Das wird mit Sicherheit der teuerste Film, der jemals produziert wurde. Schneller, intensiver. Geschafft. Hm, 8000. Und Respekt Level 9. Ja, ich auch. Weltraum Aliens, deine Bande aufnehmen. Cool. Okay. Bandenanfassung. Cool, cool. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, dass wir über der Zeit sind. Und deshalb verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge. Tschau. Tschau.